Herzlich Willkommen zu Folge 3 unseres Donkey Kong Country Let's Plays. Hier ist es wichtig, ganz ganz langsam an die Kante zu fahren für den Überschlag. Hier sehr schnell wegen der Lücke. Nochmal schnell. Lücke. Und ge-failed. Im Fall schnell. Ge-failed. Failed. Ja klar. Genau. Nochmal wie gesagt schnell. Kannst du mal hüten? Jetzt nehmen wir das erst mal nach der Hüpfung. Einfach ganz schnell nach der Hüpfung. Da sparen wir. Ihr habt ja gesehen, was wir uns da alle sparen. Das ist unglaublich. Deswegen immer nur zu empfehlen, da oben zu hüpfen. Hier hat sich im Grunde genommen nicht viel geändert. Auch das da unten drunter jetzt, auf der diese Hüpfung nichts drunter ist, kommt langsam, könnt ihr die runterfallen. Weil die abschließen. Wieso? So. Genau. Hier weiter. Habe ich auch nicht viel geändert. Deswegen ist es wichtig auch, den ersten Level und den zweiten Level. Immer wieder zu üben, bis man hier quasi schlafen kann. Hier ist auch nur die Seitenwand weg. Nichts, was man aushaben muss. Hier wird es ein bisschen gefährlich. Aber eigentlich, wenn man runterfällt, auch im normalen ersten Level ist man tot. Von daher auch, wenn da nichts drunter ist, ist es egal. Hier ist nämlich die eine Wippe kürzer. Aufpassen. Hier ist auch noch alles gleich. Rhythmus ist auch derselbe. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Und hier auch mittelschnell an die Kante fahren, überschlagen und zur Fahne. Wenn ihr hier jetzt zum Beispiel sterbt nach der letzten Fahne, müsst ihr keine Angst haben. Zerliert ihr keine Liebe. Es geht ganz normal weiter. Ja. Ähm. Ja. Habe ich nicht ohne Grund gesagt. Ich bin eure Kaline. Ich bedanke mich fürs Zusehen.